so jetzt bin ich da was der geister fahrer so einfach ja so so hat richtig mein wagen warum auch immer ich wollte einfach Keine Ahnung. Da macht sie schön zu. Also manche Sachen müssen man bei euch noch üben, ne, Mädels? Fahren? Vor allem fahren wir, die Frauen fahren besser. Hab nicht gesagt. So viel zum Thema, die Frauen fahren besser, ja. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn die KI mir im Boost reinkracht. Kann ich. Oh, sie legt sich auf den Rücken. Du bist gerade von den... Also Klippi hat gerade was gesagt. Ich nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Oh Gott. Von hinten. Ja, ich hab mal den Job woanders hin delegiert. Ei, 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 ei. Ich habe mal einen Eingang auf dem Dach benutzt, nämlich unauffällig von dort zu verabschieden. Ich weiß nicht, wie gibt's denn da. Ich glaub, hier kommt man nicht rein. Oh, oh. Hat dich ganz bezogiert. Ja. Kev. Kev. Kev, Kev in seiner üblichen, bleiben sie unentdeckten Manier. Das war... Ich verstehe das einfach nicht, warum das heute mit dem, mit dem Entdeckung, den nicht funktioniert. Ne, ne, irgendwie mag der das nicht. Geht nicht mehr. Also irgendwie hat der da eigentlich gerade seine Probleme mit. Du musst echt mehrmals versuchen, als versetzt mit dem Scheiß, mit dem Scheiß Entdeckung. Das geht aber trotzdem nicht. Der geht jetzt mal wieder von alleine raus. Hm. Das hat so, das hat so keinen Zweck. So hat das auch mit irgendwelchen Missionen keinen Zweck, weil du kannst ja nicht nur ordentlich in Deckung gehen und dich schützen. Ich war schon da. Und wir können von vorne. Ne, ne, ist ja keiner heiß. Ist ja keiner heiß. Ist ja... Ist ja... Ist ja eine normale Mission. Ja, zwei. Ein paar habe ich auch mitgenommen. Ja, du bist gestürzt. Ja, mich hat es auch erwischt. Wie soll ich das da machen? Du kannst ja... Du gehst in Deckung rein, der steht wieder auf. Ach, ich stehe da trotzdem noch von fünf Bullen rum. Du kannst nichts machen. Ja, das hat so keinen Zweck. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Mal kurz versuchen. Mal kurz, du gehst raus, oder was? Ja. Ja. Okay. Na ja, dann macht es auch so keinen Sinn. Das ist recht. Ja, müssen wir gucken. Wie gesagt, man kann sich ja nicht in Deckung gehen, der steht sofort wieder auf. Das ist verbuggt. Wenn du auf Deckung gehst, dann stellt er sich sofort wieder hin und du bist erschossen. Dann machst du keinen... Also ich denke, das kann sein, vielleicht bis wir das Spiel nochmal neu starten oder so. Kann das auch sein. Das ist das einfach irgendwie gerade nur so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Mich nervt es auch gerade. Wie gesagt, bei dem kommt es nicht da. Ich drücke Deckung gehen, der geht in Deckung. Ich drücke nichts mehr, er steht von allein wieder auf. Ja, richtig. Das ist es bei... Ja, der Dings ist Horst. Der eine. So macht es tatsächlich... Ja, wir können es ja nochmal versuchen, indem wir das Spiel einfach nochmal neu starten. Das funktioniert es ja dann. Hm? Das ist es nicht so. Jetzt geht es gerade bei mir. Also ich bin jetzt in Deckung gerade. Ja, jetzt, aber in Missionen geht es irgendwie nicht. Warum auch noch? Ich weiß nicht, ob es in der Mission nicht ging. Also in Missionen geht es nicht, aber ich funktioniere es ja jetzt. Wir müssen es ausprobieren halt. Ich habe es dir, BD. Wir haben es. Aber nicht drauf. Wir haben es eigentlich alle. Wie sollte man einen anderen haben es wohl nicht drauf? Ich habe es drauf. Zum Beispiel. Das ist viel neu gehendet worden, ja. Aber trotzdem bald. Ich habe es gestern, dann war es wahnsinnig. Also machen wir jetzt hier Feierabend oder wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das gerade doof, weil ich bin ja einmal erschossen worden wegen Scheiß. Ne. Dann machen wir bitte noch mal was auf Markus, wo wir keine Entdeckung brauchen. Ja, und wir machen mal was auf, weißt du? Ich gucke gerade. Ich habe jetzt auch 40 Minuten ungefähr und dann bin ich auch auf Leim. Aber so ein bisschen würde ich halt machen. Ich lade euch gleich ein. Ja. Also du spielst nicht mehr mit, ne? Hier, Schwester von Yvonne. Okay. Gut. Wissen wir noch nicht. Wir spielen nicht jeden Tag. Was denn? Jetzt ist er gegangen, oder was? Ja. Ja. Ja, gut. Ich spiele jetzt DVD, die braucht wahrscheinlich Ruhe. Da geht es in die anderen Formen. Ja. Ja, wie gesagt, ich spiele keinen DVD mehr. Ich habe es gestern Abend wieder gespielt mit ein paar Leuten. Ja, aber dann kannst du das gerne machen. Alles gut. Dann machen wir halt was. Wie ist das jetzt schnell? Was hältst du denn vor? Was ich eben vorhatte? Was wolltest du jetzt einladen? Äh, 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 jede Kugel zählt, aber das ist nur als Team. Das könnten wir halt nur, ähm, ja. Lass mich doch ein Auto denn mal fahren. Wie gesagt, alles gut. Dann soll er, soll er sein, dann ja. Aber kann man nur mit mir noch ein zwei Rennen oder ein paar Rennen zu fahren. Wie gesagt, 40 Minuten habe ich noch. So bis 8 Uhr. Äh, Yvonne, hast du auch eine Laderung gekriegt? Äh, du warst, jetzt machst du Schlitze. Ach, du machst ja Schlitze. Mach die bitte von Anfang an. Oder willst du die, oder willst du die jetzt nur so mitten reinhauen? Ich will nur mal einmal schnell mal spielen. Okay. Weil sonst, weil ich gesagt, machen wir die von Anfang an, weil die sind ganz witzig. Ja, aber ganz ehrlich, das ist die einzigste Schlitze-Map, wo es auch Sinn macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil die komplett auf Null ist. Weil die richtig dunkel ist. Der Rest ist so, uh, ich tue nur so, als wäre es dunkel, aber eigentlich sehe ich alles. Na gut, dann. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar Leute dazu einladen willst. Na, erstmal muss, äh. Ach, Yvonne ist schon, okay. Ich lade mal noch ein, entweder kommen noch welche rein oder nicht. Werden es sehen. Ja, ich würde die Schlitze-Vision nehmen, finde ich einfach geil. Aber von Anfang an halt, aber das Schiff auch gut ist, die Yacht. Ja, aber können wir ja auch machen, wenn mal wieder mehr Leute sind. Ja. Jetzt wollte ich nur mal so als kleinen Abschluss hier mal ausprobieren. Da kann man auch mal gucken, ob das mit dem Entdeckunggehen funktioniert. Was heißt hier Abschluss? Wir haben noch ein bisschen. So, mal gucken, was wir spielen dürfen. Haha. Markus ist der Schlitzach, ja? Komm, wir machen es mal Asi. Ach, ihr habt ja auch Asi gespielt. Ah, ich weiß nicht, es geht gar nicht. Verdammt. Es geht gar nicht. Diese könnt ihr auch für Aufwand wechseln doch nicht, nicht? Ja, Markus kann es. Ja, es klappt. Markus ist der Schlitzach. Die Hexenjagd beginnt, oder was soll das werden? Fahri, jetzt geht's. Jetzt ist es lustig. Und das ist lustig. Hä, ich bin's. Das ist lustig. Ich weiß nicht. Das ist lustig. Ich weiß nicht. Das ist lustig. Ich weiß nicht. in der mission gibt es nicht also es ist nicht verpackt heute mit dem mit dem links du kannst dich nicht in welche ecken stellen es ist nicht verpackt hast du ein glück gehabt meiner die war die war für weg gestreckt hätte und dann noch die unternehmen mit der hand geschossen da sind wir relativ nah beieinander gespaut weil immer wieder eine tasche aufgeleuchtet ist bei mir also leichtes licht aufgeleuchtet ist so 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 ich bin wieder schlitzer das wechselt nur dann wenn quasi einer von uns ach so ja wenn ihr mich erwischt wie gesagt wenn alle maps so werden wird der modus sogar noch geiler aber leider sind nicht alle das ist doch die falsche richtung gewesen zum beispiel die fleischerei die hätte man auch locker ja die hat immer noch klar machen müssen die ist zu hell das stimmt wohl das ist ja kaum schwarzen der hell gegen den schnitzereck da schleiche ich mich schon von hinten an trotz der treppe du hast dich aber auch verraten ich hatte mich vorher schon das licht gesehen ich sag mal nix ich sag mal nix bitte nicht sagen das ist wirklich asinan wer stirbt schweigt ich habe hier gut eine reingehauen es ist okay nicht gefunden vor allem sind wir jetzt eins gegen eins das war einfach nur so lustig weil kev genau an dem gleichen versteck waren wie ich am anfang das ist assi weil wenn er weiß wo du warst dann weiß er wo ich bin ach das geht doch weiter so ja das ist doch weiter geht doch ja das ist doch scheiße so ich konnte mein licht ging gar nicht an musst du auch einschalten mit rechts ja habe ich doch aber es geht nicht ich habe es gedrückt gehalten aber es funktioniert ja nicht naja kann man jetzt noch was anders machen im rennen fahren oder so also sehe ich das ist nicht ein bug zu verlieren sorry da so verliere ich ungern vor dem durfte sich mal in welche hecken stellen ich musste die ganze zeit stehen weißt du hast mich noch nicht gesehen ja wie gesagt das ist ein scheiß bug wie gesagt eigentlich miss war ja das ist was nervt mich einfach gerade so ein bisschen nee ich saß weißt du wo ich die ganze gesessen habe wo in dem einen raum wo der computer steht wo du den stick reingesteckst hinter dem tisch ich habe wirklich die ganze zeit gewartet bist du da du warst glaube ich ein zweimal warst du drin weil ich habe übelst hartbeet gehabt und dann durch die scheiße verlierst du das weil der wenn du sagst ich drücke die ganze rechts und es passiert gar nichts und deswegen hast du mich auch gesehen und ich konnte dich nicht zuordnen weil der erste schutz kam wusste ich okay du bist bei mir näher aber du konntest dich ja nicht zuordnen normalerweise hätte es ja reichen müssen dass du sagt okay das die rodeste hände die nicht die schlitzer die anderen haben gewonnen weil du mich ja nicht gekriegt hast deine aufgaben sind mitzukriegen naja gta logik halt und ich und marius prügeln sich der erste mal ja habe gesagt dass du eine scheiße verlierst du dann echt so eine runde weißt du dass du da nicht in deckung stellen darfst weil der sofort instant wieder raus geht und dann funktioniert das scheiß licht nicht weißt du der geht da hinten gucken wir haben noch eine halbe stunde haben wir noch nö ist klar ich hier ich vor mir hier und ihn noch schießen und raketen auf mich neuer markus naja joh weißt du auch über ver Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.